Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen auch mal rein Leute. XRP heute bei 39 Cent, das heißt also der Preis wieder so 5-6% nach oben. Insgesamt Litecoin hat richtig stark aufgebaut, 27%. Glückwunsch an alle Litecoin-Halter. Die haben auf jeden Fall ordentlich rausgeholt und generell sehen wir, der Markt ist wieder deutlich positiver als noch vor ein paar Tagen. Dafür schauen wir auch einmal rein. Der erste Feed für heute kommt von Abheikasch und hier geht es einmal darum, dass die Bank of America wartet an der Seitenlinie, bis der Fall Ripple vs. SEC abgeschlossen ist. Und hier sehen wir einmal den Artikel von Bitcoinist.com und hier geht es einmal explizit um Nick Barofato. Das ist der Director of Member Sales bei Linkto. Linkto ist ein Exchange, meistens für Aktien. Und er sagt hier, dass er damals eine Sprachnachricht bekommen hat von Brad Garlinghouse. Sowohl einmal 2009 haben die sich das erste Mal getroffen, als auch jetzt nochmal aktuell zur Klage SEC vs. Ripple. Und Brad Garlinghouse klingt in seiner Sprachnachricht sehr selbstsicher, sagt Nick hier. Und weiterhin hat Brad Garlinghouse auch mal bestätigt, dass sie bereit sind mit der SEC eine Einigung zu erzielen, solange sie die regulatorische Klarheit für XRP bekommen. Das hört sich aus meiner Sicht sehr wichtig an. Weiterhin geht es darum, dass die Bank of America, ein großer Partner von Ripple, aktuell so ein bisschen auf der Seitenlinie wartet. Denn sie sind noch nicht bereit, all in zu gehen in das ganze Netzwerk. Und man könnte natürlich sagen, okay, anderen Institutionen ist es ziemlich egal. Aber die Bank of America kann natürlich nur in den USA den Hauptsitz haben. Ist ja auch logisch. Und sie können nicht einfach sagen, naja, okay, gut.